Oh. Diesmal haben wir eine Mars-Map. Oder eine Alien-Map oder sowas. Ja, weil wir alle bestimmt das Pack haben und deswegen... Ja, das hängt glaube ich mit mir auch in erster Linie ab. Mit dem, der es startet, denken wir mal. Was ist das denn da? Die Krante? Alter. Ich glaube, das ist eine Giftklasse oder so. Ich frag mich, was das Rad da macht, er hat gesagt. Oh, ich habe vergessen, die Kisten ein bisschen zu mir früher zu machen. Ja, egal. Krudel holt sich als erstes wieder Kisten. Kann man eigentlich? Ah, immer dieser schwierige Mannschaft. Man kann in der Luft schießen, ist ja geil. Alter, Krudel. Okay, André, du hast gerade ein paar Kurmeister verloren. Was? Dafür? Serious? Ah, dieses Springen, was du da machst. Hallo, hast du meine Seilkünste die letzten Runden mal gesehen? Ich krieg dir da hin. Hast du gehört, Trudel, ne? Waxe gemacht, dass er jetzt von in Zukunft mit Seilkünsten. Das ist schön, nur wenn ich muss. Oh! What the fuck? Six of you boys couldn't kill me! You better pick that up, boy! What the fuck? Ich sag ja, die Kisten sind zu viele. Oh? Echt jetzt? Da muss ich vor der nächsten Runde auf jeden Fall nochmal rausnehmen die Kisten. Also, dass das wieder so viele sind. Das sind echt zu viele. Finde ich zumindest. Wie gesagt, was Waxe immer meinte, so eine Spieleinstellung, wo der halt nur mit den Kisten dabei ist, das wär auch cool. Gibt das auch? Einen ganz normalen Modi? Kisten-Modi oder so? Oh! 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 Wer hätte sich weggegangen hätte es mir getan. Stop laughing you! Oh! Es gab sogar nur Worms, da kannst du die Clusterbomben einstellen und alles. Autsch. Ey, Bonzer! Hm? Wie man interessieren würde, wer... Ich hab doch so einen alten Freund für dich. Wieso verabscheue? Viel Spaß damit! What you do in the army, boy? Oh! Yohoho! Yohoho! Piraten? Immer Piraten! Ist ja geil! Ja! Ich habe mich ja, wie das entschieden wird, wer als erster dran ist. Weil Baxe war ja bisher noch nie als erster dran, oder? die letzten drei runden schon die rollt runter der turm ist so übel ich würde es dir wünschen nie gespielt zu haben aber ich darf es gibt ein gift stimmt das gibt oder was ähnliches das problem ist das ist ja lustig ich habe mich voll voranz 10 sekunden ich habe gerade was aus der kiste bekommen aber da dann teil mal drauf ist kann ich das vorher noch nicht benutzen ich dachte nämlich ich könnte es gerade benutzen und nur weil ich es dachte ich könnte es benutzen bin ich da oben auf diese position geflogen sonst hätte ich nämlich ganz anders gespielt ich kann sonst auch den minigun turm sonst rausnehmen wenn ihr das wollt der kann halt wirklich nervig sein weil er den zug immer so schnell beendet weil ich nichts machen kann ja es ist halt problematisch dass ich halt da genau stand was soll ich dazu sagen ja es ist einfach nur kacke jedes mal habe ich drei sommer bei ihm stehen und jedes mal seid ihr vorher dran weil ich überhaupt mit den drei da dran bin das könnte ich wünschen den drei da drinnen der drei der drei der drei die 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 Er hat ein bisschen Gas, denn die gehört sich, ne? Hast du ein Ertrinken gebraucht? Ooooooh! Kistenfallen ist so gut, man. Okay, Trudel. Was mache ich da mit dir und deiner komischen... Was? Echt? Sorry, Bosse! Das war nicht mit Absicht! Ich wusste nicht, dass mein Typ wieder plötzlich aufgehalten wird, so mein Schaf. Hup! Ach der Scheiße, das wird interessant. Wollte halt versuchen, dass mein Schaf so zwischen dem Tower und Trudels Ding kommt und dass ich es da dann spreche, dass ich beide so ein bisschen mitspreche. Das hat irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung, warum mein Schaf da plötzlich einen Rückgang gemacht hat. Was? Aaaaaaah! 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 Halleluja! 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 Das tut mir jetzt wirklich wein! Das war überhaupt nicht... Alter, 138! Der Junge hatte doch nur 35! So, ich wollte... Ich wollte... ...wider nichts machen, weil dieses Scheißgeschoss da rumsteht. Ach egal. Hängt das in der Decke? Äh... Kann ihr nichts machen? Ich fache mich ab! Ich meine, meine Würmer sind inzwischen da oben so ein bisschen safe, ne? Würde ich mal behaupten. Ah... Okay. Hey! Hey! Wie geht's, Zero? Auch noch gut! Was hältst du von der Hole? Geil! Schönes Ding! Du kommst mit Trotz! Doch! What? Warum? Der Schock oder so, keine Ahnung! Vielleicht wird die Erschütterung dafür gesorgt, dass sie so ein ganz klein bisschen sich bewegt haben und das hat irgendwie gelangt oder so, keine Ahnung. Komisch. Das war echt merkwürdig. Versuch's trotzdem! Boxe! Aber Boxe! Die ist positiv. Du kannst jetzt, glaub ich, das Geschütz wegballern mit irgendwas ohne Schaden zu bekommen. Sieht mich eigentlich gefeucht, ey. Ich mein, die Runde wird Trude auch heute, glaub ich, auf jeden Fall wieder gewinnen. Das sieht momentan echt schlecht, sowohl für dich als auch für mich aus wieder. Wie gesagt, die explodiert nach fünf Sekunden. Und du kannst... Mit A kannst du mal die... ...ziehen lassen. Wow, die war richtig mies. Oh! Das ist zum Teil ganz gut, was da gerade passiert ist. Alter! Nicht zu weit nach vorne gehen. Was soll ich denn von hier aus bitte machen? Du kannst eine Granate da hochschmeißen. Genau, gegen die Decke oben. Oder du hast ein Loch über dir. Du kannst theoretisch auch da einfach hier das Granate rausschmeißen. Das meinte ich. Oh! So wie schlecht? Was ist schon? Wieip! Das könnte sogar fast noch was machen gewesen sein, oder? Ah, der Togus wird explodiert vielleicht. Ah, der explodiert? Ah, der explodiert? Ja. Krass. Krass. War da ich nie da hinten treffen, das war krass gewesen, irgendwie dazwischengebrannt. Die geringere Schwerkraft. Und die Steine fallen einfach so langsam. Es geht ja nicht mal so langsam ab... Nein- Vom Hund ane. Weihnï баб! Martin Rother gehen! wir haben nur noch 24 leben trudeln also tot sind sie auf jeden fall ich kann nicht durch ok ich dachte das macht ein bisschen größere das war ein richtiger sniper nicht gehen können das geschäft hätte nicht getroffen weil da oben noch die links wachser holt sich jetzt die supporte oder wort noch vorgöhnung ach da liegt ein schneemann drin ich weiß nicht ob das runter ja das hätte ich als nächstes nämlich auch ausprobiert das dachte ich mir auch und wie das andere stelle bringt aber das verändert die situation ungemein tut oh das ist bies alter das ist richtig mies oh das war zu weit oh nein wow keinen von mir getroffen dein ernst naja indirekt ich hab zu keinem von mir getroffen so viel dazu oh nein oh pfff das geschützt nicht pfff 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 Was war das denn? Er hätte weiter unten ziehen müssen. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass das geht, dass die vorbeifliegen kann und wieder zurücklaufen. Wenn du in die Luft machst, dann fliegt das immer wieder an den Punkt hin und her. Irgendwann ist der Treibstoff alle und er fliegt irgendwo hin. Ja. So ist das in den alten Teilen gewesen, so übelst krank. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Nein, nein, nein. Das wird ja jetzt so ein richtiges Gesprenggelag. Was soll ich machen soll? Vor allem, ich bin dann weg, wenn das gut trifft. Das war Molly. Das war Molly. Ja, aber auch knapp. Das ist mein Scrum. Ach nein, oder? Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich bin du sogar nicht. Okay, warte, ich probiere das jetzt noch mal aus. Jetzt oder nie, jetzt ist die Chance dafür. Ja, okay, so funktioniert es. Also Y drücken, dann kommst du auf den nächsten. Egal. Egal, ich wollte es einfach eh nur ausprobieren. Oh, was? Ich bin noch dran? Oh. Ich dachte, es ist safe. Ich habe es gerade verkackt. Und habe deswegen schon aufgehört zu machen. See ya! Oh Mann, ist das... Ich war schon voll im Zug weg. Mit dem Zug dachte ich schon mal, habe ich mich abgeschlossen. Oh. Da hatten sie jetzt schon wieder... Ne, also um noch mal zu klären, ähm Wurmwechsel ist genau. Hast du es gerade mitgekommen? Ja. Oh. Hamageddon oder was ist das Schönes? Äh, nein. Oh, ne Honig. Oh, das Rad. Oh, das Rad. Oh, das Rad. Das Rad war übel, ey. Wenn das über mir gekommen wäre und da stehen geblieben wäre. Oh, ich bin der schlimmste Nightmare, Sonja. Ich bin der schlimmste Nightmare, Sonja. Ich bin der schlimmste Schaden gemacht. Das würde ich nicht vorgerollt, ja. Das hätte glaube ich nicht getroffen, weil er da in der Kuhle steht. Ich weiß es nicht. Hahaha. Superscharf. Oh, was kommt jetzt? Oh, die kannst du auch noch so? Hm. Krass Granaten und... Krass Granaten und... Oh, die kannst du auch noch so? Na ja... Na doch. Ah, schade. Hm. Krass Granaten und alles was nicht geschossen, sondern geworfen werden kann, was nicht benutzen. Krass Granaten und alles was nicht geschossen, sondern geworfen werden kann, was nicht benutzen. Hm. Das Rad ist eigentlich gerade mit beschissen, oder? Hm. Oh, 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 oh. André kann so richtig nicht mit dem Jackpack umgehen, oder? Nur ein bisschen. Doch, er ist gerade nur so vor. Nur ein bisschen. Ach komm, weißt du, irgendwann muss man ja auch mal Risky-Business-Game, ne? Jetzt kommt er voll cool. Jetzt will er seinen Titel zurück... Nein! Pfff! Hahaha! Okay. Das war jetzt nicht... Ja, das war jetzt nicht... Nein! Oh Gott! Ich bin lucky, alter! Das war... Das war alles nicht gut, alter! Das ist nicht gut, alter! Du hast nicht mehr so viele Seile, ne? Du hast doch noch vier Sekunden. Alter! Ich bin ja, genau das war's. Da war's. Oh! Du hast ja das vielleicht auch so ein Video. Ich würde ganz gut verletzen, aber du hast auch nichts. Ich würde mir das nochmal einen sprayen lassen, oder? Oh! Ich würde mich nur die sprayen lassen, oder? Wir haben uns direkt schon bis an die Wand gesprägt, das ist das erste Mal. Oh nein, hat ne Banane! Sag ich doch, hat ne Banane. Banane ist glaube ich auch innen mit der Dinger, die übelst viel springt. Oh Gott! Oh Gott! Ist die überhaupt weggeschaut hat, Alter! Habt ihr gesehen, wie schnell der Piu? Oh Gott, das war so krank. Alter Schwede. Jetzt hast du die Wahl wachsen mit deinem Sechser, entweder meinen oder Trudelzelt versuchen zu tönen. Du kannst mich mal... Oh fuck! Ich hab doppelt gedrückt. Ist die überhaupt an? Ich glaub nicht. Warum ist das Ding nicht an? Ich weiß nicht, warum es nicht an ist. Ich weiß nicht, warum es nicht an ist. Hey, jetzt im Ernst, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Vielleicht ist es irgendwie so geflogen, dass es halt nicht an ging oder so. Ich weiß halt nicht genau was. Wir sehen uns nicht an... Ich weiß nicht, warum es nicht an ist. Ich weiß nicht, warum ich schon nicht an ist. Alles nicht so gut. Das war mein letztes. Das wird jetzt... Der übelste Luck-Short werden, hier. Ja, er kam durch! Alter. So ausknapp, ey. Ich hab aber sowas von... Die perfekte Linie, Alter. Warum dein Turm sich da unten nicht aufgestellt hat, irritiert mich halt kurz. Vorsicht, Trudel. Das war außer Laber, oder? Falsche Taste, fuck! Oh Gott, Sandra, Trudel, was machst du? Ich drücke falsche Tasten. Immer wieder. Oh, jetzt steht er. Vielleicht, weil du drauf standest. Vielleicht das, das kann sein. Dass er nicht ausgelöst hat, weil du exakt drauf geflogen bist. Du standst ja dann drauf. Oh, jetzt kommt er super scharf. Lang. Das ist lang, schönes Ding, warte. 98. Lang für das, super scharf. Oh Gott, ich musste nur weit weg. Ich hab's bald gefunden. Ah ne, das zweite Mal kriegt ja. Irgendwann hab ich wirklich gefunden. Nice. Dann war auch wieder ne schöne Runde. Viele Fails wieder drinnen. Das kann wirklich sein, dass ich vielleicht in der Nähe stand. Doch, das war doof. Oh. Ja, bis zur nächsten Folge, Warps. Yay. Tschüss. Wie kommt ihr? Ja, bis zur nächsten Folge. Taas, bis zum nächsten Mal. Glocke, boîte. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.